Der Kinocast Hallo und herzlich willkommen heute, ich glaube zum ersten Mal in der Geschichte des Kinocast eine richtige Weihnachtsausgabe, die wir am 24. aufnehmen, bin mir gar nicht sicher. Merry Christmas! Merry Christmas! Happy Holidays! Genau, da habt ihr jetzt schon Kate und Chris gehört und hier ist der Erik, ihr kennt uns ja mittlerweile. Hallo Erik, schön, dass du wieder da bist. Ja, bin wieder am Start, dem Tod von der Schippe gesprungen. Was sagst du so einfach? Ja, es wird immer knapper, die Aktion, je älter man wird. Nee, also dadurch, dass wir jetzt natürlich eine Woche pausiert haben wegen mir, da haben wir einige Filme zu besprechen, nämlich zwei Sneak Previews aus den vergangenen Wochen. Die eine Sneak Preview ist, ähm, Next Goal Wins. Die hatten wir am 11.12. in Stuttgart in den Innenstadtkinos. Dann hatten wir, oder besser gesagt, der Chris, weil da konnte ich nicht mit, am 18.12. den Film The Palace, den neuen Roman Polanski-Film. Bin ich ja sehr gespannt, was der Chris dazu erzählt. Dann haben wir natürlich die Sneak-Tipps im Repertoire für die morgige Weihnachtssneak am 25.12. Ich glaube, ich werde da meine Weihnachtsmütze aufsetzen oder so, mal sehen. Dann war ich nochmal im Kino gestern mit meinem Kleinen in den Filmen Wow, Nachricht aus dem All. Mal gucken, was das ist. Und dann haben wir noch jede Menge Filme hier im Dokument stehen, die wir jetzt mittlerweile geschaut haben. Und da müssen wir einfach schauen, wie viel wir davon schaffen und ob überhaupt. Und ja. Okay, lasst uns mal starten. Next Goal Wins. Das nächste Tor gewinnt sozusagen. Europa-Pokal. Das Golden Goal. Wer war das damals? Oliver Bierhoff. Bierhoff war es, genau. Ich glaube, das haben sie dann wieder abgeschafft, das Thema mit Golden Goal, oder? Ja, das war genau ein Jahr. Ein Jahr. Das funktioniert beim Eishockey super. Beim Fußball ist es einfach kacke. Was ist da so der Unterschied beim, oder weshalb funktioniert es da und bei dem anderen nicht, deiner Meinung nach? Weil beim Fußball ist es ja, danke Alina, beim Fußball ist es ja wirklich so, du spielst und spielst und die Uhr läuft immer weiter und das weiß ich was. Da ist halt wirklich erst Ende, wenn der Schiedsrichter pfeift und beim Eishockey ist es ganz klar geregelt. Zack, die Uhr läuft runter, Ende Gelände. Zack, der Schiedsrichter pfeift und wird pausiert. Und deswegen dieses plötzliche Ende sozusagen, das ist beim Eishockey viel mehr implementiert. Oder halt dieses auch mehr Berechenbare, wenn wirklich Ende ist und dieses Klare. Also da ist hier nicht so mit, oh ja komm, wir spielen noch, es werden drei Minuten Nachspielzeit angezeigt, aber wir spielen noch so lange weiter, bis die Bayern noch einen Tor machen. Also deswegen. Okay, vielen Dank für den kleinen Einblick hier. War mir nicht so bewusst hier. Ja, aber ja. Das für den Bayern war dir klar. Das auf jeden Fall, aber das mit dem Eishockey, was da so der grundsätzliche Unterschied ist. Ja dann, also Next Goal Wins. Hier geht es allerdings nicht um das Golden Goal bei irgendeiner EM, sondern wir lernen so ein bisschen, da war der Chris noch draußen, da sehen wir das erste Spiel von der Nationalmannschaft von Amerikanisch Samoa, was ich lernen musste, die nichts zu tun haben mit Normal, in Anführungszeichen Normal Samoa, sondern das sind irgendwie zwei unterschiedliche Inseln. Es gibt offensichtlich ein Amerikanisch Samoa, ein Land. Und die haben eine eigene Nationalmannschaft und sind, wie man sich das so denken kann, wenn man von dem Land noch nie gehört hat, die sind nicht gut. Also die sind auch sehr klein. Müsst ihr euch vorstellen, die ganze Insel besteht nur, was weiß ich, die haben die Einwohnerzahl von einer Kleinstadt oder so. Und da fähige Fußballspieler zu rekrutieren, ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig. Deswegen hier, die dort spielen, die arbeiten halt nebenbei, dort im Laden in der Stadt oder sind Polizisten oder sonst was alles und das sind keine Profispieler. Und die müssen in dem ersten Spiel, was gleich am Anfang gezeigt wird, gegen Australien antreten, was natürlich ein hammerharter Gegner in der regionalen ist. Also die müssen ja immer diese regionalen Vorausscheide machen, bevor sie zu großen internationalen Wettbewerben wie WM's oder Asia Cup oder sowas können. Und da müssen sie halt gegen Australien antreten und verlieren dort einfach mal, ich glaube, 31 zu 0 oder so. Also wirklich ein riesiges Schlachtfest, was da passiert ist. Und da werden auch so Szenen aus dem Spiel, also nicht aus dem echten Spiel, aber die stellen das halt so nach, was aber sehr nah dran sein soll an dem echten Spiel. Die stellen sich wirklich extrem dämlich an. Also der Torwart, der dreht die ganze Zeit Däumchen und neben ihm kullern die Bälle rein und sowas. Also wirklich keine Profis. Und der, wie nennt sich das, Sportdirektor oder sowas von der samuanischen, amerikanisch-samoanischen Nationalmannschaft, der feuert dann erstmal den Coach und da stellt sich halt raus, der Coach ist eigentlich irgendwie sein, weiß nicht, Schwiegersohn oder irgendwas, der bei ihm zu Hause wohnt, weil es ist alles irgendwie in der Familie. Nee, es ist nicht sein Schwiegersohn. Oder irgendjemand, der bei ihm zu Hause rumhängt. Ja, aber es ist irgendwie ein Bunkel oder so, aber es ist nicht sein Schwiegersohn. Irgend sowas halt, ne? Ein familiär nahestehender. Und er kommt dann auf die Idee, mal über den Schatten zu springen, denn bisher war es immer so, dass, so ähnlich wie es im Baskenland ist, dass eben alle Spieler aus dem Baskenland kommen sollen und die Trainer auch, dass eben hier auch alles irgendwie aus Samoa, aus amerikanisch-Samoa kommen soll. Er springt aber in den Schatten und sagt, nee, wir brauchen jetzt mal einen internationalen Trainer, der den Leuten mal ein bisschen das Licht ans Fahrrad macht und denen mal zeigt, wie Fußball geht, damit eben so ein Schlachtfest wie 0 zu 31 nicht mehr passieren kann. Denn die amerikanisch-samoanische Nationalmannschaft hat auch noch nie selber ein Tor geschossen. Und das ist ein großer Traum, dass die auch mal in einem internationalen Spiel, in einem Länderspiel mal, überhaupt mal ein Tor schießen. Und dafür wird ein Trainer geholt aus den USA, der dort gerade so ein bisschen auf einer Abschlussliste steht, bei dem es auch nicht gerade so gut läuft, gespielt von Michael Fassbender. Und für den ist das quasi so eine, eine seiner letzten Chancen, überhaupt mal irgendwo noch Fuß zu fassen. Und weil eben amerikanisch-Samoa irgendwie mit zu dem Verband von Amerika, von USA gehört, entsenden die ihn halt dahin, sagen, okay, hier, da ist ein Trainerposten frei, du machst das jetzt. Und die wollen suchen jemanden. Und so wird eben Michael Fassbender, der auch privat so ein paar Probleme hat in den USA, wird halt dorthin geschickt. Und er ist eigentlich so ein, so ein ganz, so ein grumpy, in sich gekehrter Typ, der sagt, okay, was soll ich da? Und er kommt dorthin und sieht dort erst mal so ungefähr, wer die David Beckham-Doku gesehen hat, wo David Beckham irgendwie zum ersten Mal in Amerika gespielt hat und hat sich gedacht, um Himmels Willen, wo bin ich denn hier hingeraten? Er schlägt da eine Flanke und keiner ist da, um die Flanke abzunehmen und sowas. Und so ungefähr ist es ja auch. Michael Fassbender kommt dorthin und ist alles total chaotisch. Die Leute sind überhaupt nicht so richtig committed zum Fußball. Die haben zwar alle Spaß dran und alles ist so ein bisschen in die Richtung, ja, wir wollen Spaß haben und das Spiel soll Spaß machen, egal, ob wir gewinnen oder nicht. Und alle haben sich lieb. Und dann eine ganz illustre Truppe auch. Da ist auch eine Transgender-Person dabei, die mit dort spielt oder besser gesagt, die sich gerade von männlich zu weiblich verändert. Und solange, wie sie noch als männlich zählt, darf sie da eben mitspielen in dieser Männermannschaft. Und dummerweise ist sie auch die Allerbeste so ziemlich in dem Team. Also ist quasi die Einhäugige unter dem Blinden. Und die darf aber jetzt quasi ihre Transformation noch nicht weiter durchziehen, sonst darf sie da nicht mitspielen. Und lauter so illustre Typen. Also der Torwart ist mehr breit als hoch. Und aus denen versucht er dann irgendwie so ein Team zu formen. Es hat so ein bisschen was von Cool Running, so ein bisschen der ganze Charme. Dieses Ganze, ja, das spielt zwar hier amerikanische Samoa, jetzt ein bisschen weit weg von Jamaika, aber zumindest so von der Art her, dieses ganze Gechillte, die Leute, dieses Inselleben ist schon sehr ähnlich wie bei Cool Runnings. Aber bei Cool Runnings, die waren wesentlich mehr committed zu dem ganzen Thema als die Fußballer hier. Allerdings schafft er es dann doch so ein bisschen, die für sich zu gewinnen. Und beide Seiten, also sowohl die Spieler als auch der Trainer, machen eine Entwicklung durch, die durchaus deutlich zu sehen ist und sehr, sehr schön auch beschrieben ist im Film. Und jetzt kommen wir auch gleich mal zum Regisseur. Das ist nämlich Taika Waititi. Und der hat ja auch so ein bisschen das Gespür, wenn er jetzt nicht gerade einen lustigen Torfilm macht, hat er auch ein sehr gutes Gespür für Menschen und Entwicklungen, also ich denke dann nur an Jojo Rabbit oder, ja weiß nicht, was hat man noch alles so von ihm gesehen gehabt. Also er hat jede Menge richtig gute Filme gemacht, wo Personen sich weiterentwickeln und auch so eine ganz amüsante Art und Weise hier mit reingebracht. Also Chris war dann, glaube ich, auch ganz gut angetan davon, als er dann reingeschneit ist. Als ich dann mal reingeschneit habe, ist es reingeschneit. Also erstens, ich schneide nicht rein, ich bin eher eine Lawine. Und ansonsten ist, ja tatsächlich, ich kam rein und ich muss zu meiner Stande gestehen, ich saß dran, ich so, hä, den Hauptdarsteller kenne ich irgendwoher. Ich habe 0,0 geschalten, dass es Michael Fassbender ist. Also wirklich überhaupt gar nicht. Ich so, hä, der sieht aus wie, hä. Hä, also ich habe ewig gebraucht. Ich habe es dann wirklich erst zu Hause noch vor uns geschnallt. Ah, Moment, ja, könnte es sein. Ansonsten ist es, wie du schon gesagt hast, eigentlich sehr, sehr schön gemacht alles. Es ist eine nette, lustige Geschichte. Es ist dieses Zwischenmenschliche, was dann da immer wieder so ein bisschen zum Vorschein kommt. Und auch, wer man noch aktiviert bekommt für die Nationalmannschaft. Und es ist wirklich dieses, oder auch die Sachen, die dann der Verbandspräsident versucht zu drehen, da habe ich mir auch halben Chefs gelacht. Ich sage nur hier, die alte Frau am Strand mit den Dosen. Das fand ich überragend gut. Ja, danke. Und ja, es ist wirklich eine relativ runde Sache, weil der Film eine schöne Geschwindigkeit beim Erzählen hat und nicht langweilig wird. Also er nimmt sich nicht irgendwie in die künstlerische Pause oder so, sondern er zieht das relativ konsequent durch. Und das tut dem ganzen Film extrem gut. Ich kann wirklich nur sagen, schön umgesetzt. Für mich so ein bisschen Überraschungsding, weil wenn man so das Plakat zieht und den Titel liest, dann denkt man natürlich auch so, ja, just another soccer movie. Aber einfach herrlich. Was ich auch extrem gut fand, waren die Situation, als er da beim amerikanischen Verband sitzt und die mit ihrer Präsentation über den Tagessichtprojektor machen. Das war ganz großartig mit den Trauerphasen. Und der Witz an der Sache ist, ich habe das jetzt erst in E-Methik-Unterricht auch behandelt. Das heißt, bei mir war das noch ganz arg frisch. Und die haben tatsächlich alle Phasen richtig auch genannt. Machst du auch Ethik? Ja, klar, klar. Bei den Großen, bei den Zehnern, weil top, topfach. Da kann man mit denen nochmal zu uns Gespräch kommen und kann man ein bisschen raus aus dem Schulalltag. Deswegen ganz arg wichtig. Aber das nur als Nebenquest gerade. Ist eine runde Sache gewesen. Ist sehr, sehr, sehr charmant, der Film. Und zwar durch die Bank weg. Also man kommt gut rein. Man kann die Geschichte gut nachempfinden. Es hat jetzt nicht den Cool Runnings Charme. Aber es ist ein bisschen widersprechend, weil Cool Runnings für mich einfach einer, der Top-Filme überhaupt ist. Der auch einen absoluten Ohrwurmkracher hat mit was geht über eure Vorstellungskraft. Jamaika hat eine Bob-Mannschaft. So was haben wir da jetzt nicht. Was ich aber cool fand, war am Anfang dieses, 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 das, was man sonst so vom Rugby kennt. Was was Neuseeland und so machen. Dieses Hobby. Ah ja, hu, ha, diesen Tanz ja. Ja, genau. So was mag ich jetzt. So was würde ich mir ja auch mal in der Bundesliga wünschen. Irgendwie einfach VfB einfach mal hier so, yeah, pass mal auf, hey, not in my hood. Genau. Wenn die Mannschaft einen Mercedes-Stern formt, indem sie sich aufs Feld legen. Ja, das muss ja jetzt wiederum nicht so sein. Aber ja. Und sich dann noch drehen, wie im Synchronschwimmen. Ja, genau. Nein, also wirklich eine schöne Story. Klar, das Fußballerische, da schauen wir mal großzügig drüber hinweg, wie das war. Das ist halt so, das war auch bei Ted Leso schon immer so ein bisschen schräg. Ah, genau, Ted Leso. Ted Leso und Cool Runnings, das waren so die zwei Sachen, wo ich dachte, daran erinnert mich der Film. Genau. Also hat auf jeden Fall Ted Leso Vibes mit reingebracht auch. Und deswegen, sehr coole Sache, sehr schöner Film, sehr schöne Montagabendunterhaltung. für mich, wie gesagt, so ein bisschen Überraschungsding, weil ich habe nicht damit gerechnet, dass der sich so entwickelt. Ich habe auch das Plakat gesehen, habe davor noch nicht so arg viel über den Film mitgekriegt und habe nur gedacht, ja, gut, mal gucken, was der kann. Also ist jetzt kein Film, wo ich proaktiv in die Sneak gerannt wäre oder ins Kino gerannt wäre, sagen wir es so. Jetzt sage ich, den kann man sich auf jeden Fall anschauen und den kann man sich aber tatsächlich jetzt bei dem Wetter auch im Kino anschauen, schön reinmuggeln in den Kino, aber den kann man sich auch gemütlich zu Hause angucken. Da macht man sich eine schöne heiße Tasse Kakao und muggelt sich in die Decke ein und schaltet den Film an, wenn du dann mal im Streaming-Dienkommst, also heute in dem Jahr oder so. Obwohl gerade so im Kino solche Komödien kommen da schon ganz gut, wenn das ganze Kino lacht und so, da reißt es eigentlich noch viel mehr mit. Und gerade bei dem Spiel, da gab es ja bei uns dann auch Applaus für Thor und so. Ja gut, ich meine, es sind halt leitgeprüfte VfB-Fans dabei gewesen. Ja, aber weil du sagst im Kino, also er startet am 4. Januar erst, aber es ist auf jeden Fall ein schöner Feel-Good-Film, gerade so in dieser Weihnachtszeit, finde ich. In manchen Kinos gibt es auch Previews ab dem 27.12., also in drei Tagen schon, habe ich gesehen. Also checkt das mal aus und könnt auf jeden Fall einen guten Film mitnehmen, jetzt für die Weihnachtszeit oder dann im neuen Jahr. Das ist wirklich ein Film, kann man mit der ganzen Familie, reingehen und kann sich danach gut fühlen und ein bisschen lachen und ja, vielleicht auch, wenn man jetzt nicht unbedingt was mit Fußball am Hut hat, kann man da durchaus mal ein oder mehrere Blicke riskieren, denn hat echt viel zu bieten, der Film. Next Goal Wins. War für mich auch eine Überraschung und was ich auch, ich dachte erst, also kurz noch ganz am Anfang, gibt es so eine Szene, die ist auch im Trailer drin, da ist Taika Waititi, also der Regisseur des Films, der spielt so eine Art Guru, der da so ein bisschen was einleitend erzählt. Das war auch extrem komisch, wie der aussah und alles. Sieht man auch im Trailer, glaube ich, ganz am Anfang. Kannst du vielleicht mal noch reingucken. Und das ist dann auch der Erzähler des Films, also immer wenn jemand mit einem leichten Sprachfehler was erzählt während des Films, das ist er dann. Und was dann auch am Schluss des Films gezeigt wird, da wird ja dann die reale, die reale Story so ein bisschen aufgegriffen und das war mir auch nicht bewusst. Also gut, jetzt die Pazifik-Meisterschaften, die habe ich jetzt nicht so im Blick immer, aber das war mir auch nicht so bewusst und dass auch der ganze Film, der sehr märchenhaft und lustig wirkt, dass der auf wahren Begebenheiten basiert, beziehungsweise sogar auf so tatsächlich wahren Begebenheiten, auch so szenenweise, die sich so zugetragen haben, das war mir auch neu. Hat mir sehr gut gefallen. Ist auch gut so. Deswegen Punkte. Von mir acht. Ja, hat mir echt gut gefallen. Schöner Film. Wäre ich bestimmt noch mal gucken. Von mir sieben, weil komplett grundsolide Sneak, die alles mitbringt, was man an einem Montagabend brauchen kann. Ich gucke mal hier noch in unsere Gruppe rein. Gloria Sneak auf Facebook. Oh, da liegt er ja auch wirklich im vorderen Feld. Also ich glaube, die schlechteste Wertung, wenn ich hier den Korrekturfaktor abziehe, sind sieben Punkte. Hat sogar jemand zehn gegeben, wenn das jetzt kein Korrekturfaktor ist. Ne, ne, zehn, neun, acht, ganz viele und sieben. Also ich glaube, da kam auch im Schnitt auch irgendwo um die acht rum raus. Sieben, ne, ne. Sehr, sehr cooler Film. Warte, ich kann gucken. Ich habe es doch hier noch. Was? Digital notiert auf bei der Handy. Sieben, neun von zehn. Guck mal, ich hatte sogar recht. Hundert Prozent weiterempfehlung. Sehr gut. Also, und jetzt The Palace, der neue Roman Polanski-Film mit einer illustren Darstellerriege. Das kann ja nur gut sein, oder? Ja, wenn du das so sagst. Die illustren Darstellerriege von The Palace, wie du so schön nennst, sind Mickey Rogue, Oliver Masucci, Luca Barreschi, Alexander Andreljevic, Sydney Rome, Fanny Ardant und, 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 was weiß ich, wer ist noch alles? Milan Peschel. Stimmt, der spielt auch noch mit. Ja, guck mal an. Ja, wir befinden uns am 31. Dezember 1999. Ah ja, und natürlich John Cleese, ne? Ja. John Cleese, nicht zu vergessen. Am 31. Dezember 1999. Es ist also der Abend vor Millennium. Und, oh mein Gott, was haben wir damals alle geschwitzt, ne? Wir erinnern uns zurück, so, oh Gott, hoffentlich klappt das alles mit dem Umspringen auf 2000, oder ist alles Geld weg, oder? Mal ehrlich, hat irgendjemand, der sich ein bisschen damit auskennt, wirklich geschwitzt? Weil, ich kenne nur die, die sich nicht damit auskennen, die haben geschwitzt, aber die, die ein bisschen, genau, ich auch nicht, hab gedacht, ja, mein Gott, das ist alles so lang her, also, das ist alles mittlerweile so stark erneuert, diese ganzen Computersysteme. Ja, wobei, ich hab halt gedacht, so, okay, wenn es tatsächlich in einem Atommeiler zu was kommt und dann haut uns Neckar-Westheim weg, dann ist es mir auch vollends egal, wenn dann wir eh weg. Ach so, und ich hab damals noch weit entfernt von Neckar-Westheim gewohnt. Ja, auf jeden Fall sind wir in einem Schweizer Hotel, dem The Palace, das Schweizer Hotel The Palace, es ist alles eingeschneit, es ist alles schön eisig und kalt und Winter und wunderbar und es treffen sich dort mehrere Gäste, um eben den Übergang ins neue Jahr zu feiern, ganz traditionell bei der großen Party und ja, was soll ich sagen, Oliver Masucci spielt einen Hoteldirektor, der da alle in Empfang nimmt und da versucht alles zu regeln und jeder mit seinen Macken, der eine kommt und hätte gerne ein Zimmer, ist aber nicht angemeldet, fühlt sich aber wie ein Riesenstar oder denkt, er ist ein Altstar, dann kommen irgendwelche Russen mit komischen Koffern, die dann in einem alten Flugschutzbunker gelagert werden, es sind, also das Ein-Einer ist dabei, der Schönheitschirurg ist mit seiner dementen Frau, es sind natürlich ehemalige Patientinnen von ihm da, es ist ein ehemaliger Pornostarst, der Darsteller ist da und ganz arg viele Einzelgeschichten, die sich eben, die eins gemeinsam haben, sie feiern Silvester dort und tatsächlich, das war es schon von der Story her. So was wie Four Rooms oder was? Nein, mehr Story ist da nicht, weil es werden lauter Einzelgeschichten erzählt, die zu 90% lose zusammenhängen, was unglaublich albern und unglaublich bescheuert wirkt, was Roman Polanski da zusammengebastelt hat. Es gibt so gut wie, also es läuft unter Dramakomödie, ich weiß bis jetzt noch nicht, was dramatisch sein soll und Komödie, ja, es gibt so zwei, drei Szenen, wo man wirklich lacht, ob das jetzt die eine ist, die ihr Hündchen dabei hat, das nur auf Gras kacken kann und deswegen haben die unten beim Schnee alles freiger, so eine Fläche freigeräumt an der Laterne, wo ein bisschen Gras ist und stehen zwei Hotelpagen dabei und warten, dass es sein Geschäft macht, was der Hund natürlich nicht macht, was macht der Hund dann? Der kackt ins Bett, dann muss man das Bett natürlich frisch beziehen, ja, dann wird es dann erst mal sein, die Besitzerin fällt dann dramatisch in Ohnmacht, als sie das sieht, weil das ist ja unglaublich und der arme Hund und alles und dann wird natürlich das Bett abgezogen, dann sagt man, wir müssen den Hund doch untersuchen, dann müssen sich die zwei Damen da vom Hotel die dann Zimmerservice machen oder halt Dings und müssen da die ganze Wäsche durchwühlen, bis sie das Ding haben mit der Hundekacke, was sie eigentlich schon zur Reinigung gebracht haben, das bringen sie dann dem Schönheitschirurgen zur Untersuchung, der sagt, aber ich mach doch euch das und ja, aber es ist doch Arzt, naja, okay, dann gucke ich mir das an und der hockt dann auf dem Balkon, zitiert die Hundekacke und stellt dann fest, oh, da sind Würmer drin und oh, Madame, wahrscheinlich haben sie auch Würmer und ah, es ist, es ist so, es ist stinkend langweilig, es ist, The Palace ist wirklich, Entschuldigung, wenn ich das so sage, es ist ein rotze langweiliger Film und es ist ein absolut billiger Babylon-Abklatsch und zwar komplett, also Roman Polanski hat wahrscheinlich, ja, und hat wahrscheinlich gesagt, das hätte ich jetzt nicht erwartet, hat wahrscheinlich hat er sich gesagt, boah, ich mach jetzt auch so einen Film wie Babylon ist und wir haben ja Babylon gesehen, auch in der Sneak, der ist ja ewig lang, also, drei Stunden am Montagabend, drei Stunden am Montagabend, viel, viel, viel zu lang, nur Babylon hatte ja auch seine, seine Szenen, also da waren auch ein paar coole Szenen dabei, aber natürlich war der viel zu lang und ich glaube, auf anderthalb Stunden oder so hätte, oder auf zwei Stunden maximal, hätte Babylon nochmal anders gewirkt, aber Babylon hat zum einen die weitaus besseren Schauspieler und da stelle ich noch ganz kurz Happy Birthday, Brad Pitt, der ist jetzt 60 geworden oder wird gerade 60, ne, ist jetzt oder wurde? 18. Dezember, der wurde letzte Woche 60, muss ich mir vorstellen, Brad Pitt ist 60, äh, also, was? Ja. Nein. Hammer, ne? Und, und, krass, okay. Babylon erzählt ja auch so einzelne Geschichten, wir erinnern uns zurück, das erzählt auch einzelne Geschichten, äh, die auch zu einer großen Party oder immer wieder zu Partys zusammenkommen oder halt am Anfang zu einer großen Party zusammenkommen und das probiert halt meiner Meinung nach The Palace auch und es ist, also, wenn man Babylon schon nicht gut fand, als die Party sah, dann ist The Palace einfach, boah, ich fand's tatsächlich echt mies oder auch hier John Cleese, der einen, einen, einen Multimillionär spielt, einen alten, der mit seiner, seiner jüngeren Frau da ist und wenn man jetzt denkt, ja natürlich hier, jüngere Frau, wahrscheinlich so eine, so eine hochgetakelte, vollbusige Blondine oder sowas, der ist mir auch getäuscht, sondern ist eher so, so ein, so eine dabei, die, ja, halt nicht dem entspricht, was man zuerst denkt und das ist halt dann auch so, so Sachen wie, ja, ich hab hier, die hat Geburtstag, oder nee, wir haben Hochzeitstag, das ist unser Hochzeitstag und, ähm, ich hab Happy Birthday umgeschrieben und sie bringen jetzt hier bitte das Personal vom Hotel, dass wir das zusammen für sie singen und das ist einfach so, oh, es ist so wirklich, schlag mich oder, denn ich bin witzig, so nach dem Motto. Also der Trailer sah auch schon scheiße aus, muss ich ehrlich sagen, weil als, als du geschrieben hast, welcher Film da kommt, hab ich mir den Trailer mal angeschaut, dachte ich, um Himmels Willen, das sieht gar nicht gut aus, wenn schon der Trailer nicht gut aussieht, ähm, das ist immer meistens schlechtes Zeichen, meistens, also es ist wirklich, das sind die besten Sachen im Trailer. Es ist, es ist wirklich so, äh, wirklich brutal, auch dieses, dieses, dann die Leute, wo natürlich Angst haben vor dem Jahr 2000, Back und was weiß ich was und dann gibt's noch einen Todesfall im Hotel und, oh mein Gott, ähm, und, und dann muss man irgendwie die Leiche rausschmuggeln oder will die Leiche rausschmuggeln, damit man keine Panik bringt und, äh, oder aufkommt und, und, äh, dann, natürlich kurz nach 0 Uhr, wie sie es traditionell machen, machen sie das Licht auch, aus, damit, äh, hier, ähm, das Feuerwerk angesehen kann und alles und, äh, dann natürlich machen sie das Licht aus und dann kommt's, oh mein Gott, der Jahr 2000 Back ist echt und, haha, und, das sind alles so, 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 Tutsi-Tuts und so, so, ach, wir sind ja so geil und was weiß ich was und, also ganz ehrlich, Roman Polanski ist jetzt wie alt? 90? Tja, keine Ahnung, also, das weiß ich jetzt gar nicht, wie alt er wird. Warte, ich schau mal ganz kurz, Roman Polanski ist geboren 1933, am 18. August ist 33, der ist jetzt 90. Ähm, es sei ihm dann auch verziehen, aber, dann lass es auch einfach sein. Ja, der ist ja, glaube ich, noch immer in der Schweiz quasi gefangen, weil, der hat ja diverse Anklagen gehabt und, ich glaube, wenn, mein letzter Stand ist, glaube ich, dass er ja in der Schweiz, dass er die Schweiz jetzt erstmal nicht verlassen kann, weil ansonsten überall woanders können sie ihn ins Gefängnis stecken oder sowas, ne? Weil die haben, glaube ich... Zurzeit lebt er in Paris, Karkau und der Schweiz. Okay, in der Schweiz, glaube ich, weil die dürfen ihn nicht ausliefern irgendwie in der Schweiz, deswegen hat er sich da hingeflüchtet und dreht da Filme. Wir hatten ja, irgendwie scheinen die im Kino so ein bisschen, ähm, Roman Polanski zu mögen, wir hatten ja auch seinen vorhergehenden Film, Intrige, äh, oder besser gesagt, Jacuz hieß der ja, den hatten wir sogar im französischen Original, den fand ich ja ganz gut und dann hatten wir auch davor der Gott des Gemetzels, den hatten wir, der war ja ganz gut, also irgendwie scheinen die, in der Sneak, Roman Polanski ein bisschen zu mögen, dass wir uns den immer geben. Oder sie denken sich, oh mein Gott, der ist so scheiße, den, den zeigen wir wenigstens in der Sneak, dass er wenigstens ein paar Zuschauer findet. Ja, tatsächlich ist es eher das, also ich fand's echt, wie gesagt, ein billiger Abklatsch von Babylon, äh, ohne großen Drehbuchkniff, ohne große, coole Idee dahinter, sondern einfach ganz arg viele Einzelstorys, die halt irgendwie teilweise schon recht lieblos aneinander gepappt wurden, wo du einfach, wo du komplett auch der Background dann fehlt, zu den einzelnen Leuten oder einzelnen Geschichten, was es halt echt kompliziert macht, dann auch irgendwie hier sich vielleicht mit, wie zum Beispiel mit der Fußballmannschaft zu identifizieren oder sowas. Ich meine, klar, bei der Fußballmannschaft hatten wir jetzt auch hier auch nicht von jedem den Background-Storys, sondern es wurden ein paar rausgepickt, die halt auch fürs Team wichtig waren und fertig. Und für die Geschichte ist halt wirklich keiner irgendwie wichtig. Also weder der Hoteldirektor, der halt irgendwie so viel eigentlich an dem Abend kurze in sich reinlaufen lässt, dass der überhaupt noch gerade laufen konnte, hat mich echt gewundert in der kurzen Zeit und der ständig auf Achse war und ständig irgendwo einen Brand löschen musste, noch dann hier so Mickey Roke als Filmstar, ja, es ist mal einmal ganz witzig, wenn ihm die Perücke wegfliegt, das ist ja super. Aber das war es dann teilweise auch schon, das ist so Witze, wie sie in den 50er, 60er Jahren vielleicht auch noch lustig waren, sowas auch so ein bisschen hängen geblieben. Oder auch Mickey Roke, der sich dann in eine Suite reinsetzt, weil er denkt, dass ihm das Zimmer zusteht und dann da drin hockt und dann heißt es, oh nein, der andere, dem das Zimmer gehört, der ist gerade unten und schreibt Autogramme und du weißt gar nicht, wer das ist und überhaupt und dann steht er plötzlich da und schreit, was machen sie in meinem Zimmer und dann in dem Moment köpft er den Sekt und seine Perücke fliegt weg. Und das war es, mehr von dem Typen gibt es dann auch nicht. Also solche Sachen, es ist einfach, ja, also klar, von Mickey Roke dann nochmal, der tobt da noch irgendwo rum, aber that's it, also von dem anderen, der ja angeblich so bekannt ist und Autogramme gibt unten und da sein Zimmer eigentlich wieder zurück haben will, von dem gibt es nichts mehr. Dann kommt der ganze Film über nicht mehr. Also ja, keine Ahnung, wer das war, wo der herkommt, was der wollte, nur okay, dem gehört das Zimmer und that's it. Ich gucke jetzt gerade mal, wie der so bei den anderen angekommen ist in der Sneak. Du bist wahrscheinlich der, der hier drei Punkte gegeben hat, oder? Ich bin derjenige, der drei Punkte gegeben hat und die sind schon sehr, sehr schmeichelhaft. Weil hier im Dokument hast du sogar mehr drin stehen. Hab ich? Oh ja, ne warte, aber das muss ich tatsächlich, jetzt wo ich nochmal drüber erzählt habe, reduziert das Ganze auf zwei. Aber die anderen, die haben ja echt, waren eigentlich, wie war denn die Sneak besucht? Weil es haben hier nur sehr wenige abgestimmt diesmal. Sneak war relativ gut eigentlich besucht. Ich habe aber auch welche gesehen, die rausgegangen sind, andere sind, glaube ich, eingeschlafen, das war auch ganz spannend. Also es ist, ne, hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ich kann es auch nicht empfehlen, da reinzugehen. Das ist für mich mit 102 Minuten komplette Zeitverschwendung. Ganz, ganz böse gesagt jetzt, das ist wirklich für mich Zeitverschwendung gewesen. Weil, also, ne, auch keiner der Schauspieler, der mich wirklich überzeugt hat oder was weiß ich was. Deswegen. Apropos Zeitverschwendung, wenn ihr den Film sehen möchtet und euch mal ein eigenes Bild machen möchtet, 18. Januar startet er. Könnt ihr euch selber ein Bild davon machen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ja, aber nach dem, nach der Beschreibung, ich weiß nicht, ob da, ob da viele Leute Lust haben. Katastrophe. Übrigens Milan Peschel auch eine Katastrophe. Ja, okay. Ja, es ist halt so ein betrunkener Steuerberater. Ach ja, und der Trailer hat mich sehr vom Look her an Grand Budapest Hotel erinnert, von den Kameraeinstellungen her. Und, was ja bei, bei Grand Budapest Hotel wahrscheinlich gut funktioniert, weil der Regisseur macht halt einfach solche Filme in der Art und Weise. Wes Anderson ist ja bekannt dafür. Weiß nicht, bei Roman Polanski, also, weiß nicht. Naja. Ich glaube, ich werde ihn ignorieren, es sei denn, der bekommt irgendeine Oscar-Nominierung, dass ich ihn sehen muss. Ja, wofür denn? Ich weiß es nicht, kann ja sein. Oscar gibt es für gute Filme. Kann ja sein. Du, die anderen haben hier sieben, acht Punkte gegeben. Ja, ich sagte meistens. Ich sagte, ich sagte, The Shape of Water. Ach so, du gibst jetzt sogar zwei Punkte hier bei uns. Ich habe doch gerade gesagt, jetzt wo ich drüber erzähle, merke ich mich sehr, wie es mich echt ärgert hat. Ich habe es schon verbessert. Du musst in der Gruppe auch nochmal ändern. Okay. Habe ich schon. Also, da habe ich ja nichts verpasst, während ich hier mit Corona gelitten habe, obwohl ich lieber ins Kino gegangen wäre und mit den Filmen angeschaut hätte, als hier zu Hause mit Schüttelfrost zu liegen. Ja. Gut. Sneak-Tipps für die morgige Sneak am 25.12. am ersten Weihnachtstag. Ich habe mich mal mit den getippten Filmen ein bisschen auseinandergesetzt. Also, der Tipp der Kinoleitung heißt, da waren es nur noch drei. Der Erik tippt, The Beekeeper. Ich habe mir den Trailer angeguckt. Ich habe keine Ahnung, was das mit, da waren es nur noch drei zu tun haben sollen. Ja, weil der räumt ja auf. Aber es sieht nach einem sehr spannenden Action-Kack aus. Das ist ja wieder Jason Statham, haut allen die Fresse, Politik Teil 19. Hier spielt er halt ein, der irgendwie so eine Spezialeinheit oder irgendwas und irgendwas passiert dann und der muss halt, oder der räumt dann halt die Leute auf oder der bringt halt die Leute einen nach dem anderen um, die dafür verantwortlich waren. So, und, Ja, im Trailer auf sehr spektakuläre Weise. Würde ich gerne sehen, ehrlich gesagt. Vielleicht sogar ein bisschen drüber. Schöner Weihnachtsfilm. Ja, total. Dann hat der Martin getippt, The Holdovers. Da habe ich erst nicht gedacht, dass das passt, aber ab etwa der Mitte des Trailers dachte ich, ja, der könnte sein. Sieht sehr interessant aus. Würde ich tatsächlich gerne sehen, aber ich gehe ja nicht mit. Und bei dem dritten getippten Film. Warte mal, warte mal, warte mal, man muss wenigstens erklären, warum. Also die, das sind irgendwie so Jugendliche, die auf so einer Art Gymnasium sind oder Internat und die, da gibt es manche, die über die Ferien heimfahren und ein kleiner Teil, die haben halt irgendwie niemand zu Hause oder die fahren halt nicht heim, die werden halt dort im Internat betreut, ne? So war das doch, oder? Genau, und die nennen sich die Holdovers. Allerdings geht es in diesem, in dieser, in diesem Winterferien darum, dass tatsächlich nur ein einziger Schüler in der Schule bleibt, zusammen mit einem Lehrer, der den Kürzeren gezogen hat und ihn quasi betreuen muss und einer Angestellten, die quasi kocht und so und halt für die Sauberkeit. Da waren es nur noch drei. Und da waren es dann eben nur noch diese drei, die die Ferien dort verbringen müssen und der Lehrer ist nicht der beliebteste, aber der Trailer sieht echt charmant aus, muss ich sagen. Klingt sehr naheliegend, aber den hatte ich ja die Woche davor getippt, deswegen, ich dachte auch, ja, könnte passen, aber ich habe gedacht, ich tippe mal was anderes. Und dann wurde von Martin noch ein Film getippt, wo ich mich wirklich weigere, den deutschen Titel zu nennen, weil der so unfassbar dumm ist. Im Original heißt dieser Film The Marsh King's Daughter, warum der was, der hat auch nichts mit drei zu tun, aber egal, ist mit Daisy Ridley, könnte cool werden, sieht ein ganz cooler Film aus, da geht es um eine junge Frau, die selber Familie hat und der ihr, in Anführungsstrichen, Vater, also bei dem sie mit ihrer Mutter aufgewachsen ist, ist eigentlich ein Entführer, also der hat damals sie und ihre Mutter entführt und großgezogen, der sitzt im Gefängnis. Klingt aber nach einem Spoiler. Und ist, ne, es steht alles in der Beschreibung, ist im Zelle genannt. Und der bricht aus und will sie rächen oder töten, was weiß ich, keine Ahnung, auf jeden Fall gibt es dann da eine Jagd. Und The Marsh King's Daughter, und der wurde halt bekannt unter dem Namen The Marsh King. Und ja, der deutsche Titel ist grausam und den wollen wir nicht mehr erwähnen. Ich weiß nicht, was der mit dem Tipp zu tun haben sollte, aber es sieht auch nach einem spannenden Film aus. Ich bin gespannt, was kommt. Habe ich in meiner, also in Amerika läuft der wahrscheinlich schon, also ich habe in meiner Filterbubble von einigen, die so in Amerika auch so in Previews gehen, habe ich nichts Gutes über den Film gehört. Aber naja, ist halt Sneak, mal gucken, was uns da erwartet. Sind zumindest mal zwei Filme, die ich gern sehen würde und ein Film, ja, also The Marsh King's Daughter, wo ich sagen würde, naja, würde ich in das Sneak mal nehmen. Mal gucken, was uns da erwartet. Vielleicht kommt ja auch was ganz anderes, ist ja meistens so dann so. Gibt es ja vielleicht noch andere Sachen mit drei oder so. Vielleicht gibt es auch wieder, nee, ich sage es jetzt nicht. Okay, andere im Kino gesehene Filme. Ich war ja gestern im Film Wow, Nachricht aus dem All. Und wer hier regelmäßig zuhört, der weiß, ich habe es schon ein paar Mal darüber berichtet, dass wir bei Checker Tobi, da lief der Trailer zu Wow, Nachricht aus dem All. Und das war so ziemlich der einzige Trailer, der meinen Sohn und mich ein bisschen begeistert hat, denn der sah eigentlich ganz cool aus. Worum geht es? Es geht um zwei Kinder. Einmal die Billy, gespielt von Ava Elizabeth Awe und einmal der wie heißt er? Dino, gespielt von Felix Nölle. Und die zwei lernen sich am Anfang erstmal so ein bisschen kennen. Billy wird von ihrem Vater aufgezogen. Wir erfahren dann auch, dass die Mutter von ihr war Astronautin, ist aber irgendwo verunglückt und nicht mehr wiedergekommen. Deswegen ist der Vater alleinerziehend. Der Vater, gespielt von Ronald Zerfeld, den ich sehr mag, der arbeitet als Physiker, wollte eigentlich auch mal irgendwie in die Raumfahrt gehen, aber hat sich dann doch in Richtung Physik und ist auch Lehrer an der Schule für Physik und sie wird von ihm aufgezogen von ihrem Vater und sie hat natürlich eine große Begeisterung für alles, was so mit Weltraum zu tun hat und bastelt sich da auch immer Sachen und sie horchen da so ein bisschen Weltraumsignale rein und ja, eines Tages, als sie die Gegend erkundet, wo sie neu hingezogen sind, lernt sie auf dem Schrottplatz eben den Dino kennen, so einen kleinen Jungen, der bastelt sich auch immer aus Schrottplatzteilen, auch irgendwelche Radioteleskop-Sachen, um da in den Weltraum reinzuhören, da haben sich natürlich zwei dann gefunden und eines Tages schnappen sie tatsächlich mal ein Signal auf, wo sie glauben, dass das von Aliens ist und weil, wie war das dann eigentlich, dann bekommen sie auch mal so ein Schreiben, da werden sie zur ESA eingeladen nach Kourou, also quasi in den Pazifik, französische Übersee-Departement und der Vater von ihr fliegt dann halt mit und der andere, der Dino von dem Schrottplatz, der klaut sich ein bisschen oder leiht sich Geld von seinen Eltern, sag mal so, ist alles sehr kindgerecht, leiht sich Geld von seinen Eltern und um da auch das Ticket zu bezahlen und dann sind sie halt bei der ESA und der Vater von ihr, der kennt dort halt noch sehr viele Leute, die dort arbeiten, weil eben, wie gesagt, seine Frau hat dort auch gearbeitet, er früher auch als Physiker, als Astrophysiker und ja und dann kommt das, was im Trailer auch schon ist, sie landen ausgesehen in einer Rakete drin und werden mit in Weltraum geschossen, es ist eigentlich eine Frachtrakete, die zur ISS fliegen soll und dann geht ein bisschen was schief und ich will mal nicht zu viel verraten, es gibt dann auch noch eine, so ein paar, wie es halt immer so Kinderfilm ist, es gibt es natürlich so ganz böse Leute, die dann irgendwas, die so quasi als Nemesis aufgebaut werden, die werden, tragen natürlich von Anfang an auch schwarze Klamotten, damit sie leicht zu erkennen sind als die Bösen und auch bei den ja vermeintlich Guten gibt es natürlich auch böse Leute, die da mit den bösen Leuten zusammenarbeiten Ja, 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 du hast Fragen, du hast Fragen, ich habe eine Frage, ich zitiere einen Song aus einem Film, Major Tom, nein, da heißt es The Good Guys Dress in Black Remember That, The Good Guys Dress in Black Remember That, okay, jetzt musst du mir sagen, aus welchem Film das war, Man in Black will ins, richtig, nee, aber, ja, der Trailer sah echt nett aus, also es sah wirklich schöner aus nach einem schönen Weihnachtsfilm für Kinder mit ein bisschen für Tech-Interesse, wir waren ja bei Checker Tobi drin und das ist ja auch immer sehr, auch so ein bisschen wissenschaftlich geprägt für Kinder, die sich gern für Wissenschaft interessieren, das war hier, also ich betrachte es jetzt erstmal aus Erwachsenensicht, ja, und werde dann nochmal zusammenfassen, was mein Kleiner dazu gesagt hat, ich fand es vom Drehbuch her völlig Banane, also, ich meine, es ist ein Film, der sich deutlich an Kinder richtet, aber trotzdem, Kinder sind nicht doof, also man muss die nicht mit irgendwelchen Quatsch hier und irgendwelche kuriosen Sprünge, gerade hier die, in Anführungszeichen, die Bösen hier in dem Film, die eine Frau von der ESA, die so böse dargestellt wird, das ändert sich ständig, mal ist sie total böse, dann ist sie wieder, in anderen Szenen ist sie plötzlich wieder total gut und hilft mit und dann ist sie wieder total böse und, also, das Drehbuch ist wirklich absolut Banane und dann natürlich diese ganzen konstruierten Sachen, die dort gemacht werden, damit es irgendwie ein bisschen spannend wird, wie die Kinder in die Rakete kommen, also, ich sag mal so, Kinder sind nicht doof und mein Kleiner hat es auch durchschaut, dass es alles Quatsch ist, was die da machen, inklusive der Möchtegern-Astrophysik-Sachen, die da mit irgendwelchen schwebenden Teilchen und mit irgendwelchen Aliens und sowas, das war alles so Banane, also Leute, also das geht nicht, also hättet ihr wirklich einen Film gemacht, so wie es der Trailer vermuten lässt, so mit, was weiß ich, Kinder, die da bei der ESA ein bisschen rumstromern und irgendwelche coolen Sachen entdecken oder auszusehen in der Rakete landen und dann vielleicht irgendwas machen müssen, okay, aber dann noch diesen ganzen Überbau und entschuldige, wenn ich jetzt hier ein kleines bisschen Spoiler, da müsst ihr jetzt mal wegspringen oder sowas, wenn ihr den Film mit euren Kindern sehen wollt vielleicht, dass da noch wirklich irgendwelche Aliens sind, die, mit denen sie dann irgendwie einen Kontakt aufnehmen und alles und dann so die ganzen geklauten Szenen von 2001, Odyssey im Weltraum und Mischung aus Contact und Odyssey im Weltraum, nee, also Leute, das hätte ja wirklich, also die Richtung hätte es nun wirklich überhaupt nicht gebraucht und war auch wirklich total Banane, also das Drehbuch ist wirklich ein Schlag ins Gesicht von Eltern und Kindern, was dann draus gemacht wird und deswegen, also nee, 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 nee und auch mein kleiner, jetzt wie gesagt aus der Sicht, Kinder sehen ja manche Sachen mal ein bisschen anders, er fand zwei Szenen ein bisschen lustig, die waren so ein bisschen Slapstick mäßig, die waren ganz okay, aber den Rest des Films fand er auch überhaupt nicht gut und das sagt schon viel, wenn sogar die Kinder den Film nicht gut finden, der eigentlich für Kinder gemacht ist und ich finde, das sind kleinere Stellschrauben, die man hätte machen müssen und einfach ein paar große Sachen, die man einfach hätte vermeiden können, die einfach total sinnlos sind, die da nicht reingehören, inklusive dieser ganzen Möchtegern, ja wir wollen, also es kommt gleich ganz am Anfang, dass der Junge, der hat halt auch eine Beeinträchtigung, der hat so eine Beinschiene, so ähnlich wie bei Forrest Gump oder so, ihr könnt euch vielleicht erinnern an dem einen Bein, in dem ganzen Film ist von dem Ding nie wieder die Rede, das wird nur am Anfang gezeigt, so nach dem Motto, ja wir zeigen mal, dass dann vielleicht auch jemand, der eine Beeinträchtigung hat, das alles machen kann und sowas, in dem ganzen Film, der springt, der hüpft, der rennt, keine Rede mehr davon und das ist so ein Ding, was ich meine, verarscht nicht die Kinder und die Erwachsenen durchschauen sowieso und die Kinder auch und die sind nicht doof und macht einfach einen ordentlichen Film und lasst solchen Scheiß einfach weg und macht einfach einen schönen Kinderfilm, deswegen von mir, das sind schon sehr wohlwollende, weil hier auch wirklich On Location bei der ESA gedreht wurde, was schon mal ein großer Sprung ist, deswegen, also von mir wohlwollende 5,5 von 10 trotz meiner relativ verheerenden Beschreibung, eigentlich hätte ich den Film noch weiter niedrigere Wertung gegeben, aber waren da ein paar ganz nette Einstellungen bei der ESA drin, aber trotzdem ist kein richtig guter Film und als Erwachsener schon 5,5 und ich glaube, mein kleiner, der lag doch noch ein bisschen drunter, wenn ich nach einer Wertung gefragt hätte. Gut, eine kleine Enttäuschung von diesem Film, nachdem der Trailer mehr versprochen hat, er lief auch nicht im ganz großen Kino, ich denke, man hat auch nicht den wahnsinnig großen Zuspruch, mal schauen, wie er bei den Charts liegt, da gucken wir jetzt doch mal rein in die Kinocharts und Neustarts, mal gucken, was da jetzt so an Weihnachten anläuft. Kinocharts und Neustarts Okay, jetzt gucken wir erstmal in die Charts rein, wenn ich hier die E-Mail irgendwo finde. Hm, hast du sie schon, Chris? Ah, ich hab sie, okay. Ja, natürlich hab ich sie schon wieder vorbereitet, mein Freund. Platz 6 in Stuttgart, leider läuft er immer nur zu komischen Zeiten. Moment, vielleicht nicht Platz 6, sondern Platz 5, Platz 1 und 2 ist der gleiche Film, nur in anderen Varianten. sehr gut, also ist Platz 5, Platz 5 läuft leider nur an sehr komischen Zeiten und ist trotzdem Platz 5 hier in Stuttgarter Innenstadt Kinos. Godzilla Minus One, ich will den immer noch sehr, sehr gerne sehen, aber ich schaff das nicht zu diesen komischen Zeiten ins Kino zu gehen. Ja, dann guck mal, dass du es vielleicht doch schaffst. Platz Nummer 4, 791 Kilometer, den hatten wir in der Sneak, den können wir uneingeschränkt empfehlen. Genau, auch ein schöner Film, den man jetzt an Feiertagen mal gucken kann. Platz 4, den hatte ich gesehen gehabt, Napoleon, 3 Stunden Film. Platz Nummer 2, Wish, das ist der Disney-Film. Und Platz 1, war ja, glaube ich, auch Neustart die Woche, wir hatten ja die Neustarts nicht wegen der ausgefallenen Sendung, Wonka, der mich null reizt. Also, ich mag diese ganze Geschichte nicht hier mit Willy Wonka und sowas, das finde ich alles irgendwie weird irgendwie. Der läuft ja, läuft ja ganz gut. Wahrscheinlich wird er auch viel gesungen, schätze ich mal. Das ist aber wahrscheinlich. Ach ja, gesungen wird auch bei Wow, ganz schlimm, Kinder, singende Kinder. ne, okay. Was haben wir denn an Neustarts, oder mal gucken, was so sonst so in Deutschland. Deutschland ist auch Wonka auf 1, Wish, und dann sogar Panem auf Platz 3, sehe ich hier. Was startet denn Neues hier und vor allem wann? 28. Dezember ist der nächste Neustart, ne? Ja. Und? Wer bist du, Mama Mu? Weihnachtlicher, schwedischer Animationsfilm basierend auf der gleichnamigen Kinderbuchreihe und das finde ich sehr, sehr cool. Wer bist du, Mama Mu? Kennt jemand die Kinderbuchreihe? Ihr habt ja quasi hier. Nee, aber so weit sind wir hier noch nicht. Hallo? Kinderbücher kann man doch schon ein bisschen durchblättern und vorlesen. Die guckt schon Serien. Ach so. Guckt schon Black Mirror. Aber apropos, wie viel Ibuprofen habt ihr denn eigentlich gegeben damals? Ja, das kannst du gut in irgendeine Elterngruppe stellen, solche Fragen. Wie viel Cola darf man dem Kind jetzt schon geben und so. Ja, oder gibt, welcher Schnaps zur Beruhigung ist euer Best. Genau, da kannst du Elterngruppen ganz gut in Wallung bringen. Okay, dann startet noch Lola, ein irischer Science-Fiction-Film über zwei Schwestern und ihre schicksalhafte Erfindung. 80 Minuten geht ja nur. Wäre auch mal ein schöner, schlanker Film für die Sneak. Lala, lala, Lola. Dann startet noch Backhead, ein Horror-Thriller in Berlin, spielend mit The Witcher-Star Freya Allen. Das sieht eigentlich das Plakat wie ganz cool aus. Ich glaube, ich muss mal wieder ein paar Trailer gucken. Also Lola habe ich keinen Trailer. Backhead, muss ich mal gucken. The Queen Mary, ein Horrorfilm über eine Familie, die auf dem Sagen umwobenen Passagierschiff, ist das Sagen umwoben? Die Queen Mary Sagen umwoben? Also ich weiß nicht, also die Queen Mary halt, in dessen düstere Vergangenheit verwickelt werden. Okay, Sagen umwoben, meine Güte. Dann startet noch So sind wir, so ist das Leben. Oder auf Schwäbisch So sind wir, so ist das Leben. eine Dramödie über eine alleinerziehende Mutter von fünf Teenagern, die mehr aus ihrem Leben machen will. Eine Mutter von fünf Teenagern, okay, da hat sie ja mehr aus ihrem Leben machen will. Wahrscheinlich jedes Jahr ein Kind bekommen und dann sind die alle oder adoptiert. Oder adoptiert, das kann natürlich auch sein. Oder Patchwork, das quasi das mit eingebracht. Ach nee, sie ist ja alleinerziehend, okay. Sterne zum Dessert, ein französisches Biopic über den Werdegang des französischen Weltmeisters des Eis-Desserts Yazid Ishimrahan. Nie gehört. Ja, meine Tochter hat es gerade für dich richtig ausgesprochen. Dann ebenfalls ein französischer Film, eine französische Komödie, in der zwei Männer aus der Fridays-for-Future-Bewegung Kapital schlagen wollen mit Black Friday for Future. Den hatten, war ja ein paar Mal in den Tipps mit drin für die Sneak. Verkaufen die Klebstoff? Kann natürlich sein. Obwohl, ich habe jetzt, ich will jetzt nicht zu politisch werden, aber ich habe jetzt Videos gesehen und Nachrichtenbilder von der Traktor, von den Leuten. Also ich finde ja, man sollte denen viel eher Strafen geben als Leute, die sich an der Ampel mal kurz festleben oder so. Als die, die dann da überall rum über Grünanlagen fahren mit ihren Traktoren und irgendwo Mist abwerfen. Aber gut, was weiß ich schon. Übrigens hier bei Black Friday for Future sind auch drei Personen auf dem Poster. Vielleicht könnte es auch irgendwas mit drei zu tun haben hier für den Tipp, für die Sneak. Oh. Dann noch die unendliche Erinnerung. Ach nee, ist ein Dokumentarfilm und der andere auch. Okay. Naja, ich weiß nicht, ob da jetzt so ein Riesenkracher dabei ist für die, für die Kinocharts der nächsten Woche. Vielleicht das mit Mama Moo als Kinderfilm, dass da Eltern mit ihren Kindern reingehen und es gibt auch noch aus der Rubrik Best of Cinema läuft der Film an Der Pakt der Wölfe von Christoph Gans, der auch ein sehr, sehr guter Film ist. Mark Dacascos ist glaube ich auch mit dabei. Fand ich damals sehr, sehr gut, den ersten Pakt der Wölfe-Film. Da gab es ja dann irgendwie noch ich glaube drei Teile oder so insgesamt und läuft in der Reihe Best of Cinema. Steht hier gar nicht mit dabei. Gut, was haben wir denn noch? Also Neustartshammer, Chartshammer, dann gehen wir mal in den Bereich Heimkino würde ich sagen, oder? Ja. Ja. Keine Widerrede. Ja, keiner will in den Trailer reinlabern, deswegen. Ach so. Heimkino. Okay, dein einziger Film, möchtest du da was drüber sagen? Leave the World Behind. Da steht jetzt auch schon eine Weile drin. Ich hoffe, du weißt noch was drüber. Ja, ich möchte gerne was drüber sagen. Du hast ihn ja auch gesehen, wie ich sehe. Ich habe den auch gesehen, wo es mir wieder besser ging. Ich muss mir nur ganz kurz auch mal aufrufen, um was es genau ging. Also ich weiß noch, um was es ging, aber ich weiß die Namen von den Schauspielern nicht mehr alle. Julia Roberts. Genau. Warte mal, klein momentan. Warte mal, versuch es nochmal jetzt. Jetzt war es gerade irgendwie weg. Jetzt geht es wieder. In Leave the World Behind sind Julia Roberts und Ethan Hawke ein Ehepaar, was mit ihren Kindern über ein längeres Wochenende oder über ein Wochenende die Stadt verlassen möchte. Sie wollen raus auf New York, einen Kurzurlaub machen und gehen so ein bisschen Richtung Wälder, Richtung Woods und tun da ein Ferienhaus mieten, um dort das Wochenende zu verbringen. Einfach mal abschalten, von der Arbeit wegkommen und chillen. Tut auch den Kindern bestimmt gut. Und sie fahren eben so ein bisschen raus und in der Nähe vom Strand ist das dann auch. Und schon auf dem Weg dahin passiert irgendwie was Seltsames. Sie haben mitten in der Einöde kein Internet mehr. Sie denken natürlich, das liegt daran, dass sie in der Einöde sind, aber mittlerweile ist das Netz ja eigentlich gut ausgebaut. Aber sie haben auf jeden Fall kein Netz mehr. Sie kommen dann in dem Ferienhaus an. Das ist ein sehr schönes, großes Haus. Versuchen sich dann da einzuloggen, aber das WLAN geht auch irgendwie nicht. Und alles ist irgendwie ein bisschen eine komische Grundstimmung vom Film. Sie machen dann einen Ausflug zum Strand, wo sie dort ein bisschen die Seele baumeln lassen wollen. Als dann auffällt, das so in der weiten Ferne auf dem Meer ist so ein Frachtcontainerschiff, das so ein bisschen näher kommt. Das merken, das stellen sie dann irgendwann fest und vergessen es dann aber wieder kurze Zeit, bis es dann auffällt, dass es immer, immer näher kommt und nicht wegfährt, also sich nicht vorbeifährt, sondern auf den Schrand frontal zufährt. Sie merken es früh genug, um noch die Flucht zu ergreifen und dieses Schiff kracht dann quasi auf den Strand, was auch schon extrem weird ist. Wie konnte das passieren und so? Und es passieren immer mehr komische Sachen. Die Tochter sieht im Pool von dem Haus und guckt Richtung Wald und plötzlich stehen da Rehe, aber nicht nur ein, zwei, sondern gleich irgendwie sechs, sieben und gucken sie an. Und das ist alles irgendwie ganz komische Grundstimmung und irgendwie so bedrückend und als ob gleich irgendwas Schlimmes passiert und bis dann am Abend es plötzlich an der Tür klopft und ein Mann mit seiner Tochter in einem Abendgarderobe vor der Tür steht und quasi in Anführungsstrichen um Hilfe bittet, denn er ist der Eigentümer dieses Haus, er hat das Haus, den er vermietet. Aber sie haben in der Stadt einen Stromausfall und in ihre Stadtwohnung wollen sie nicht gehen, weil die ist irgendwie im was weiß ich wie vielten Stock und der Vater hat es mit dem Knie und dann kann er die Treppen nicht laufen und alles ein bisschen auch eine komische Erklärung. Auf jeden Fall Hallo? Jetzt bist du gerade weg. Also falls du mich gerade irgendwie hörst. Ja, ich höre sie auch nicht mehr und sie hört uns wohl auch nicht. Das hat die ganze Zeit schon ein bisschen gekippelt. Ja, ja, irgendwie komisch, ne? Weiß auch nicht, was da los ist. Oh, sie beschwert sich. Bin ich jetzt wieder da? Ja. Jetzt bist du wieder da. Warum immer genau dann, wenn ich viel rede? Warum knapp dann? Keine Ahnung. Was habt ihr denn noch gehört? Ich weiß es gar nicht mehr. Die kommen in die Wohnung, der Typ kann nicht laufen. Und die wollen da über übernachten. Genau, die wollen dann übernachten, was aber halt weird ist. Also Julia Roberts will auch gar nicht eigentlich, dass die da sind, weil die haben das Haus gemietet und jetzt kommt der Besitzer da an und alles ist komisch und der kann sich auch nicht ausweisen, weil er irgendwie seinen Geldbeutel nicht dabei hat. Und man hat so das Gefühl, da steckt irgendwie mehr dahinter, was auch tatsächlich der Fall ist. auf jeden Fall, was genau dahinter steckt, sage ich natürlich nicht. Aber es scheint immer seltsamer zu werden und dann gibt es auch komisches Testbild am Fernseher und die sind so richtig von der Außenwelt abgeschnitten und wollen dann auch irgendwann auch mal zurückfahren in die Stadt. Das klappt aber nicht, weil die Straßen total verstopft sind und es ist kein Durchkommen und man merkt, dass irgendwas verdammt schiefläuft gerade und irgendwas in der Welt vorgeht, sie aber es nicht mitbekommen, weil sie kein Internet haben, das Radio nicht tut, der Fernseher nicht tut und sie einfach nicht wissen, was gerade los ist. Und ja, das Ganze ist, finde ich, sehr cool gedreht. Da haben die Szeneneinstellungen gefallen und auch so der Switch. Manchmal gibt es so eine Frontalansicht von oben, wo sie quasi im Wohnzimmer sind und dann geht die Kamera durch die Wand oder über der Wand weg, raus in den Garten oder von der Küche geht es dann direkt in einem Übergang ins Wohnzimmer, wo dann die Nächsten der Familie stehen. Ich finde, das ist extrem cool gedreht, aber die Story an sich ist eher so, also auf das, was es hinausläuft, das gefällt mir eigentlich. Ich hätte es gerne aus der Sicht der Stadt gesehen, also nicht aus dieser, wir sind da draußen abgeschnitten von allem, sondern ich hätte es gerne aus der Perspektive der Stadt gesehen, diese ganze Geschichte und die ganzen Vorkommnisse, die da passieren. ist jetzt kein Film, wo ich sage, den muss ich jetzt unbedingt nochmal sehen, aber es ist auch kein Film, wo ich sage, komplette Zeitverschwendung, aber wirklich gerissen hat er mich jetzt nicht. Erik, was meinst du? Ja, der Film verspricht halt mehr, als dass er hält. Also er sieht gut aus, hat gute Darsteller, baut da diese mysteriöse, bedrohliche Grundstimmung auf, aber letzten Endes zieht sich einfach nur diese Grundstimmung durch und es passiert halt relativ wenig. Okay, da sind natürlich noch diese ganzen Themen mit drin, dieser latente Rassismus, dieses Cocooning in den USA, wo sie dann auch zu, wie heißt der Schauspieler, Kevin Bacon kommen und so. Dieses, dass keiner, jeder für sich und dieses typisch amerikanische, rechtsgerichtete und so weiter. Ich glaube, das ist, würde ich nicht sagen, dass es jetzt bei uns nicht so ist, aber ist in den USA halt nochmal viel verschärfter, dass so runter von meinem, von meinem Anwesen hier und so weiter, dieses, gerade wenn irgendeine bedrohliche Situation eintritt, dann greift das halt noch viel mehr, dass jeder sich um sich kümmert, um seine Familie und quasi gegen alle anderen erst mal ist und das kritisiert ja der Film eigentlich so ein bisschen, deswegen ist der ja auch von, von Barack und Michelle Obama, glaube ich, produziert, die natürlich wollen, dass die Leute ein bisschen mehr zusammenrücken, gerade auch in schwierigen Zeiten, was ja gerade diese republikanische Partei versucht eben, äh, quasi zu, zu entzweien. Die versuchen ja die, einen Keil reinzutreiben, dass jeder eigentlich nur an sich denkt, weil das sind genau die Wähler, die dann auch sich Angst machen lassen, äh, von der, von rechtsgerichteten Parteien und, ähm, ja, ich hab das alles kapiert, ich hab das alles verstanden, was der Film mir sagen will und was, und was der will, aber, ähm, da fehlt einfach, ähm, ja, so ein, gerade so in diesen Weltuntergangsszenarien, wir hatten ja zum Beispiel diesen, diesen Film in der Snake, wo die alle in dieser, in diesem, ne, nicht Cabin in the Woods, wie hieß der? Doch, Cabin in the Woods war das. Ne, nicht Cabin in the Woods. Knock at the Cabin? Knock at the Cabin, genau, Knock at the Cabin, auch ein Cabin, ja, ähm, das war ja auch so ein Weltuntergangsszenario und da war richtig Dampf drin in dem Thema, okay, das hätte jetzt hier nicht gepasst, aber zumindest mal ein bisschen mehr Dampf hätte, hätte der Film schon vertragen können und, ähm, ja, der Regisseur des Ganzen ist ja auch der, der Schöpfer von Mr. Robot, also man hat schon so dieses, ja, dieses Düstere hat man da schon irgendwie gemerkt und auch top gedreht alles, aber es war halt mehr oder weniger ein Eye-Candy, wo, ja, wo eine gute, eine Botschaft dahinter steckt, aber irgendwie war ein bisschen zu wenig Substanz drin. Ja, also ich, ich fand auch, also die ganzen Ereignisse, oder die ganzen, die Ereignisse, die da passiert sind, ähm, fand ich echt interessant, also, warum, wieso und dann Absturz und keine Ahnung, wie wir wohnen, tralala, aber ich hätte es gern auch, dass ich der Stadt gehabt, was, was, ja, okay, du bist da aus, abgeschieden, du bist da in diesem Ferienhaus, mitten in den Wäldern, irgendwie Strand in der Nähe und so, ist ja ganz nett, dass du dann sagst, okay, du bist davon abgeschnitten, aber du kriegst ja nicht wirklich mit, als Zuschauer gar nicht wirklich mit, was eigentlich wirklich passiert, deswegen, ich hätte irgendwie, oder so, so zwei, zwei Storylines, ne, also, meinetwegen, die Hausbesitzer in der Stadt, die Geschichte, hätte ich gern gesehen und nicht nur erzählt bekommen, ähm, von den Besitzern und diese, diese, äh, Waldgeschichte, ich hätte die gern, keine Ahnung, parallel erzählt bekommen, ja, dass du eben auch siehst, was passiert, wirklich und nicht, was kriegen die aus, was kriegen die in der, in der Abgeschiedenheit nicht mit. Ja, ich verstehe schon die Entscheidung, warum man die Abgeschiedenheit gewählt hat. die macht es halt langweilig. Weil es geht halt darum, diesen Mikrokosmos zu zeigen und, äh, wenn du das in der Stadt drehst, da hast du halt noch viel, viel mehr drin, das wäre da noch viel zu teuer geworden, glaube ich, der Film und, das basiert ja auf einem Buch, was es auch genauso beschrieben hat und, äh, wo sich Netflix damals die Rechte gesichert, hat. Ja, trotzdem, ja, ich glaube, so einen Film, den gucke ich auf jeden Fall nicht nochmal, äh, weil, das ist so ein Film, nicht wie Sixth Sense, wenn man das Ende kennt, kann man sich trotzdem noch an dem ganzen Film erfreuen. Hier ist es einfach so, hier, hier kenne ich jetzt auch das Ende und ich sage, okay, das habe ich jetzt einmal gesehen, das war's. Gute Darstellung. Ich finde halt auch, ich finde halt auch die Charaktere von Julia Roberts und Ethan Hawke erstens total konträr zueinander und zweitens, beide auf ihre Art total unsympathisch und zwar auf so eine unsympathische Art und Weise, wo du denkst so, ne, das muss ich mir jetzt nicht nochmal angucken. Naja, das fand ich wiederum eigentlich ganz gut gelungen, auch so psychologisch gesehen, weil die beiden sind jetzt quasi so an der Schwelle dazu, dass sie auch so werden wie Kevin Bacon. Ja, ja, schon klar. Die sind quasi, da ist das alles so, diese, diese rechte Propaganda schon bei denen so ein bisschen eingestickert, bei Ethan Hawke noch lange nicht, der ist noch ein bisschen weiter davon entfernt, der glaubt auch noch ans Gute im Menschen, will das, äh, irgendwie Menschen helfen, ja. Ähm, aber bei Julia Roberts, da ist es schon ein bisschen mehr eingestickert und, ähm, ja, also wir sehen da so die verschiedenen Entwicklungsstadien, ja, und das, das fand ich wiederum ganz, ganz gut dargestellt, aber, äh, ist der Film, ja, das ist so ein, leider nur insgesamt Durchschnitt, also ein bisschen über dem Durchschnitt vielleicht wegen den ganzen guten Bildern und, äh, weil einmal sehen war okay, es war jetzt keine, kein Totalausfall oder kein, kein unterdurchschnittlicher Film, Genau. Sondern es war ein okayer Film und jetzt auf Netflix kann man den durchaus mal gucken, ich weiß nicht, ob man sich so ein Thema jetzt unbedingt von Feiertagen geben möchte, aber ich gebe da, ich gebe da sechs Punkte, das ist ganz okay. Ja, ich bin auch bei sechs Punkten. Okay, so über die drei Musketiere Dardan Yang rede ich nächste Sendung mal, den hatte ich jetzt mal auf Blu-ray gesehen, ähm, ne, äh, auf Streaming habe ich mir geliehen, ähm, dann ganz kurz noch was zu Simuland, habt ihr da, ihr habt ja auch Sky, habt ihr mal was von, von Simuland gehört? Nein. Ihr habt da mal den, den Film gesehen, ist ein, ein kanadischer Film mit Robbie Amell, ich glaube, der spielt bei Arrow mit, wenn ich mich da recht erinnere, und das ist mehr oder weniger, ich habe da mal reingezappt gehabt bei Sky und da dachte ich, oh, das sieht ganz cool aus und habe mir den dann mal, ähm, bei Sky mal angeschaut, den gibt es ja dann auf der Plattform, weil ich hatte da irgendwie mitten rein geschaltet und dachte ich, oh, das sieht ganz cool aus, weil es sieht so ein bisschen Blade Runner mäßig aus, ähm, nämlich in der nicht weit, weit entfernten Zukunft, ähm, gibt es quasi Androiden und man kann quasi, wenn ein geliebter Mensch stirbt, der kann vorher zum Beispiel seine Erinnerungen in einen Androiden übertragen, der halt genauso aussieht wie er zum Beispiel, sodass die halt mit, Klingt so ein bisschen wie Upload auch. Ja, ja, so wie Upload, also der, der Film bedient sich so bei allen möglichen Quellen, so ein bisschen iRobot ist da mit drin oder, oder, wie hieß der andere mit der Stephen King, äh, nicht Stephen King, äh, Stephen Spielberg Film, AI, so ungefähr. Ähm, jedenfalls ist es hier so, die, die, die eine, die eine Frau, Jordana Brewster, die, die lebt halt mit Evan, mit Robbie Amell zusammen und, ja, äh, er ist halt ein, wie wir danach fahren, er ist halt ein, die nennt es nicht Android, die nennt es Simulant, ich dachte, es heißt Simulant, das ist irgendwie der Film, aber es heißt Simulant, weil die einen simulieren, quasi einen, einen echten Menschen, der schon von uns gegangen ist und, äh, es gibt dann auch irgendwie so Abtrünnige, die dann irgendwo auch leben, die werden dann gejagt, das ist dann wieder so ein bisschen dieser Blade Runner Fall und, äh, dann gibt es eine, diese, diese Firma, die dahinter steckt, die sind halt da in, in Kanada irgendwo in, äh, das sieht aus wie eine, wie eine Eisenhöhe, Hütte in Kanada, äh, da haben sie irgendwie digital irgendwelche Logos dran geklebt und das soll aber so eine riesen Tech-Firma sein, das hat irgendwie alles überhaupt nicht gepasst, das war ein, ein riesen Quatsch, den ich da gesehen habe, also würde mich nicht wundern, wenn der Film irgendwann bei Schläferts landet, ähm, ja, war leider überhaupt nicht gut, es war, es war auch nicht so, dass man sagt, der ist so quatschig und der Film weiß, dass er quatschig ist und, und zieht das durch, ne, der nimmt sich selber leider sehr, sehr ernst und, äh, der Film ist leider ziemlicher Käse, deswegen eine kleine Warnung für diesen Film, der leider, muss ich sagen, vom Trailer her, sieht der sehr gut aus und vom Poster macht der auch einen ganz interessanten Eindruck, äh, aber der hält bei Weitem nicht das, was er verspricht und deswegen eine kleine Warnung für Simulant, 3,5 von, von 10 Punkten, also ich muss jetzt nochmal ein bisschen abwerten, okay, Chris Shazam, Fury of Gods. Das kann ich auch, glaube ich, relativ schnell machen, das ist die Fortsetzung vom ersten Shazam, also der zweite Shazam-Teil, ähm, es geht darum, dass hier ja, äh, Shazam seine, seine Kräfte geteilt hat mit seiner Familie, und die jetzt halt, wie sie so als Teenager unterwegs sind, hier versuchen, eigentlich sich in einem ganz guten Licht darzustellen, auch die Welt immer wieder zu retten, aber in Philadelphia mehr Chaos verursachen durch ihre Auftritte und deswegen auch schon so den entsprechenden Spitznamen weg haben mit die, die chaotischen, weiß ich nicht wie viel, ähm, ja, es ist, dann im Endeffekt hauchen dann drei Schwestern auf, die ja quasi im ersten Teil hervorbeschworen wurde, weil ein, durch das Zerbrechen von dem Stab, der dann, äh, verschwunden ist, der taucht dann in einer Ausgrabung in Athen wieder auf, es ist komplett Quark irgendwie, und so quatschig und quarkig, wie ich es gerade erzähle, so ist es tatsächlich auch, also der Film ist, äh, hat ein paar nette Situationen, ein paar lustige Sachen, ist von der, von der Action her ganz gut, aber er ist teilweise, also wirklich unverschämt geschauspielert, also das sind dessen Sachen, das, das, das habe ich meinen Lebtag in so einer Produktion echt noch nicht erlebt, ich überlege, ich schaue gerade, welche, mir da, ich glaube, ich weiß, ich weiß es nicht mehr, also, wenn man es sich anschaut, erkennt man es sofort, es ist, es ist wirklich unfassbar schlecht geschauspielert, teilweise schlecht geschnitten, dass die Charaktere im einen Moment da stehen, zum Beispiel Arme verschränkt haben, dann wechselt zurück, dann steht sie völlig da, offene Arme nach unten, dann wieder schwenkt zurück und du siehst, wie sie wieder die Arme verschränkt hat, wie in der Szene davor, es ist komplett kacke geschnitten, teilweise auch und, ja genau, äh, und für mich tatsächlich von den DC-Filmen echt noch, äh, einer, einer der noch schlechteren, also es ist, man kann ihn mal, man kann ihn mal anschauen, wenn man sonst nichts zu tun hat und, äh, gerade Gras nicht wächst oder so, kann man sich das anschauen, ansonsten, boah, tat es mir echt leid, weil die Grundidee dahinter schon ganz witzig ist, aber halt, wie gesagt, teilweise die Kinderschauspieler sind komplette neben, irgendwelche Side-Charaktere sind komplette neben, es ist so unglaublich frech, hölzern dargestellt, wie jetzt, ob sie gerade aus einem Laientheater entsprungen wären, manche, äh, boah, ist, nee, ich fand's, ich fand's echt gemein, also ich fand's für die Franchise, finde ich's irgendwo gemein, für die Schauspieler auch, wie die dann sich da, da hinstehen müssen, deswegen, naja, die drei Schwestern natürlich, äh, sind, sind zwei Stück, eine ist alt, eine ist so mittleres alter Lucy Lou, wobei die auch schon sehr, sehr alt ist, Helen Mirren, Lucy Lou, und dann natürlich eine Teenagerin, die sich natürlich in den einen verknallt und durch die Macht der Liebe wird natürlich alles bla bla bla, es ist, äh, unsäglich, teilweise wirklich unsäglich, frech, unsäglich, äh, doof, ganz witzig war die eine, also, auch noch so ein Beispiel, die, die machen eine Riesenhülle um Philadelphia, wo keiner rein und raus kann, also so ein magisches Ding, keiner kommt mehr rein und raus und überhaupt, steht, Shazam steht dann an der Hülle kurz vorm Endfight und spricht mit den Leuten draußen und die so, hey, Captain Marvel, das war ganz lustig, aber, äh, dass sie halt dann nachher die, die Hülle verkleinern und wenn, wenn ich, wenn ich jetzt schon hier gesagt habe, es kommt keiner rein und raus, Autos zerschellen daran und alles mögliche, also Brücken teilweise gehen, erstaunlicherweise nicht kaputt, da geht's drüber, aber Autos zerschellen daran und die verkleinern diese Hülle ganz massiv, was glaubst du passiert, Erik, wenn, 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 mit dem Vorwissen, was glaubst du passiert? Das klingt sehr nach, äh, nach irgendwelchen Battle Royale Games. Ja genau, aber, aber genau, es passiert exakt gar nichts, weil alles, was vorher in der Hülle zerschellt ist, da geht die Hülle jetzt einfach drüber, ist doch der Scheißegal dann. Also die Menschen, die draußen, drinnen standen und vorher nicht raus konnten, die werden nicht in die Mitte reingepfercht, weil halt die, die bei undurchdringbarer Hülle da ist, sondern die werden, äh, praktisch freigelassen. Und solche, solche Sachen, es ist einfach, ja, nicht zu Ende gedacht, es ist einfach nur so, ja komm, wir müssen hier noch irgendwie einen Film mit denen machen, wir haben auch hier gesagt, es gibt einen zweiten Teil und wirklich so abstrus, wie es jetzt klingt und so lustlos, so wirkt es auch teilweise gemacht und geschauspielert. Deswegen von mir 3,5 von 10 Punkten und die sind sehr nett gemeint noch für Shazam Fury of the Gods. Oder wie ich es inzwischen nenne, Shazam Fury voll der Rotz. Okay, ich habe noch so einen Film, Freelance gibt es jetzt auch zum Streamen, da hat man, glaube ich, mal den Trailer gesehen, fanden den ganz lustig und deswegen habe ich den mal geschaut. John Cena spielt die Hauptrolle, er ist natürlich ein begnadeter Schauspieler, also dass der noch keinen Oscar gekriegt hat, frage ich mich auch. Pierre Morel hat das Ganze gedreht, den kennen wir aus der Sneak Preview, zum Beispiel aus Peppermint, Angel of Vengeance und der hat zum Beispiel auch diese ganzen Taken hier, 96 Hours from Paris with Love und so weiter gemacht. Also er kann Action, deswegen dachte ich, wird gut funktionieren. Hier ist es so, John Cena, der hat mal bei einer Spezialeinheit der US Army gearbeitet und jetzt hat er es aber auf Eis gelegt und arbeitet jetzt als Anwalt, aber auch mehr so, ja, schlägt sich da so durch und in seiner Ehe läuft es auch nicht mehr so gut. Die Tochter, die darf er nicht mehr so sehen und so weiter und ja, die Frau will das nicht mehr und naja, er bekommt dann ein Angebot von einem ehemaligen Midranger von ihm, nämlich Christian Slater. Der hat so eine private Sicherheitsfirma und der sagt hier, da gibt es so einen Personenschutzjob, du kennst den Typen sogar, weil das ist nämlich von seinem letzten Einsatz, den er hatte, so ein Diktator, der erinnert sehr an Tropico, du kennst das bestimmt, Chris, da gibt es so ein Game, so ein Diktator, so ähnlich. Ja, ja, Tropico kenn ich, klar. So ein Typ, so ähnlich ist das, also auch irgendwie so in so einem fiktiven lateinamerikanischen Land und der soll interviewt werden von einer Journalistin, gespielt von Alison Brie und der soll das alles ein bisschen begleiten und beschützen, wenn sie da runter geht und dann fliegt er halt da runter und kaum treffen die dann irgendwie aufeinander, gibt es so einen Militär-Coup in dem Land, die versuchen da das zu übernehmen und er ist dann plötzlich mit seiner ehemaligen Nemesis, mit diesem Diktator und mit der Journalistin dann mitten im Dschungel irgendwo alleine und ja, das Ganze ist natürlich, hat wieder sehr viel Dynamik, wie dann zum Beispiel auch dieser Film, den wir hatten in der Sneak Preview mit Sandra Bullock, dieser The Lost City, irgendwie das Geheimnis der verlorenen Stadt, glaube ich und was aber dort mehr Charme hatte und mehr Spaß hatte, hat leider der Film hier nicht Freelance. Es ist, ja, mehr gewollt, als dass es umgesetzt wird und es sind zum Glück, also das Einzige, was ich dem Film noch, oder was ich da richtig gut finde an dem Film, dass er nicht diese üblichen Pfade eintritt, also man denkt ja nun, ja, dieser Diktator und so weiter, sondern ich will es jetzt auch nicht spoilern, was damit ist und auch nicht mit Christian Slater, was da dann noch ist. Ich sage nur, ich fand es wiederum sehr, sehr gut, dass er eben nicht sich auf so ausgetretene Pfade begibt, sondern ein bisschen andere Wege einschlägt und das rechne ich dem Film ganz gut an, ansonsten wäre der Film wirklich total abgestürzt. Deswegen ein schöner, durchschnittlicher Actionfilm, fünf Punkte von mir, Freelance gibt es jetzt im Streaming irgendwo und demnächst bestimmt auch in irgendeinem Streaming-Dienst kostenlos enthalten, also könnt ihr vielleicht mal vormerken. Ja, dann noch einen Satz zu dem allerletzten Schläfatz, was jetzt lief, schlechtesten Film aller Zeiten auf ProSieben, lief quasi jetzt am Freitag, wir nehmen heute am Sonntag auf, Sonntag dem 24. Am Freitag den 22. lief das und auf Tele 5 Hard Ticket to Hawaii war wirklich absolut sehenswert, also Sex, Gewalt und gute Laune, alles drin, sehr schöner Schläfatz-Film und es war ja der allerletzte Schläfatz auf Tele 5 und es gab eine gute Nachricht am 23. gestern. Schläfatz geht tatsächlich weiter, es hat sich ein Sender gefunden, der das übernimmt, nachdem Tele 5 und Discovery das nicht weiter fortsetzen wollten, die einzige, also wie blöd kann man sein, die einzige Quoteninsel in dem ganzen Tele 5-Sumpf, die wirklich Quoten gebracht hat, die einzustellen, weil man sagt, nee, man will das nur als Abspielstatt, Stationen nutzen für eigene Inhalte und man gibt dieses mit hohen Einschaltquoten und mit einer sehr großen Community, gibt man einfach auf, also wie blöd kann man sein, aber die ganze Schläfatz-Community hat immer wieder diverse Fernsehsender angeschrieben, ob sie das nicht übernehmen wollen, weil das komplette Paket kann übernommen werden, die komplette Marke wird auch freigegeben von Discovery und so wird Schläfatz nächstes Jahr dann bei Nitro landen in der RTL-Familie und da haben sich sogar schon die großen RTL, RTL.de und so, die haben sich schon positiv geäußert, haben den kleinen Bruder zu diesem Erfolg gratuliert und bei Nitro passt das auch sehr, sehr gut hin und ich freue mich da schon drauf, dass es eine neue Heimat gefunden hat. Es gab gerade so eine Schläfatz-Live-Tour, so eine Wunschfilm-Tour durch ganz Deutschland, wo halt ein schlechter Film gezeigt wird und darüber geredet wird und da wurden die Macher überrascht, kann man auf Facebook sich anschauen mit einem Video von den Produzenten, die haben halt gesagt, ja, wir haben hier ein kleines Video für euch und da kommt dann eben die Nachricht, dass sie bei Nitro eine neue Heimat finden und da war ein riesen Jubel, ist sehr herzerweichend, das Video. Sehr schön, also ich freue mich sehr, dass Schläfatz weitergeht, denn ich gucke ja sehr viele Filme und diese richtigen Scheißfilme, die man bei Schläfatz guckt mit dieser entsprechenden Moderation, die machen einfach so viel Spaß und erweitern den Horizont durchaus. Und jetzt gehen wir in den Bereich Serie, da hat der Chris nämlich Doctor Who weiter geguckt. Serien. Die Specials, um genau zu sein. Gibt es eigentlich ein Star Wars Special? Habt ihr irgendwas mitbekommen? Letztes Jahr gab es ja einen. Ja. Nee, ich mache es doch wirklich ganz kurz, weil wir sind ja schon massiv in der Zeit heute. Ich habe die beiden Specials 2 und 3 von Doctor Who, was ich ja schon vor zwei Wochen, drei Wochen schon mal hier hatte. Habe ich jetzt auch noch angeschaut und Special 2 ist eine Folge, ist sehr, sehr geil. Also unglaublich gut. Da sind sie am Rande des Universums, Donner und der Doktor. Und die Aliens, auf die sie da treffen, unglaublich cool gemacht. Unglaublich mega, mega cool. Also ich kann es echt nur empfehlen, ich saue es echt da so, okay, hauen sie richtig einen raus beim Special. Und dann kommt Special Nummer 3 und macht Special Nummer 2 komplett vergessen. Und ich sagte gerade, es war unglaublich cool. Special Nummer 3 ist mit Neil Patrick Harris, der den Spielmaster gibt, der zuletzt vor knapp 60 Jahren oder sowas da war. Einer der größeren Gegner. Und was Neil Patrick Harris dort abreißt in dieser Folge oder in diesem Special ist unglaublich gut. Also der absolute Wahnsinn. Dann auch der Übergang zum neuen Doktor, wo jetzt an Weihnachten die erste oder das nächste Special mit seinem ersten großen Abenteuer kommt und alles. Auch richtig, richtig cool gemacht. Auch den Weg, wo uns jetzt einschlagen, finde ich sehr witzig, finde ich eine coole Idee. Weil ich würde mal sagen, wir haben nicht das letzte Mal David Tennant gesehen. Nur so viel. Aber diese Specials, wenn man Doctor Who mag oder Interesse daran hat, kann ich es echt jedem nur empfehlen. Und um das komplett zu verstehen, alles sollte man vielleicht wirklich alle drei gucken. Aber das dritte Special mit Neil Patrick Harris, Junge, das ist wirklich mit das Beste, was ich von Doctor Who je gesehen habe. Oh, Wahnsinn. Wirklich, wirklich gut. Ich habe das erste Special auch schon geschaut. Die gucke ich jetzt auch noch. Ja, wie fandest du das erste Special? Oh, ich fand es super. Echt toll. Toll gemacht. Kam so richtig wieder dieses Feeling auf und war angenehmer Humor drin. Und ich habe es auch auf Englisch geguckt. Ich mag ja dann den Dialekt und so. Ja, ja. Sehr, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Nee, dann wirst du das zweite wirklich auch feiern. Und beim dritten wirst du sagen, boah, also gehe ich davon aus gerade, dass du sagst, okay, wow, da haben sie richtig einen rausgedrückt. Was mich nochmal interessieren würde, also es ist ja so ein Ding in den USA, kapieren die ja Doctor Who nicht. Ja, irgendwie so gefühlt. Weil man sieht es immer in irgendwelchen Fernsehserien und Filmen, jedes Mal, wenn das Thema Doctor Who kommt, wenn das eine amerikanische Produktion ist, die sagen, ja, irgendwie dieser, das, was da aus UK irgendwie, kein Mensch versteht das irgendwie gefühlt in den USA. Das läuft ja nun jetzt auf Disney Plus und mich würde mal interessieren, was da jetzt in den USA davon gehalten wird, von diesem Special. Da habe ich ja bis jetzt noch nichts dazu gefunden. irgendwie, naja, mal schauen. Okay, Mensch, das sind wir ja durch für heute. Dann gibt es noch ein paar Musiktipps auf dem Weg in die Weihnachtsfeiertage. Und ja, erstmal hier den Button finden. Da ist er. Ich starte gleich mal. Von mir gibt es von, aus dem Film Freelance, ist tatsächlich ein echt geiler Song, der da kommt, von Los Milos, Fugitiva. Und entweder ist es der Originalsong von Del Shannon's Runaway, der damals Titelsong war für die Serie Crime Story. Oder es ist ein Remake von dem Song. Keine Ahnung, auf jeden Fall ist es dieselbe Melodie. Und ich fand es echt cool auf Spanisch. Und Kate, was hast du? Ich habe von Natalie Jane Intrusive Thoughts. Okay. Werde ich auch mit draufpacken. Und Chris? Ich habe von Alligator, featuring Fred Durst, so raus. Alles klar. Packe ich alles auf die Spotify-Playlist, die da heißt, Kinocast Songs. Die dürft ihr alle gerne abonnieren. Da habt ihr eine bunte Mischung aus allen unseren Geschmäckern hier. Ich glaube, Alina lässt noch in der Weihnachtsbäckerei mit draufsetzen. Okay. Das höre ich da ehrlich gesagt nicht raus aus dem, was ich da höre. Das ist der Rap-Teil. Das verstehst du nicht. Okay. Na gut. Dann wünsche ich mir euch allen da draußen schöne Weihnachtsfeiertage. Merry Chrysler. Ja, wenn wir euch morgen in der Sneak-Preview sehen, wenn ihr da erstmal ein bisschen leid seid von dem ganzen Gefresse und Geschenke auspacket, dann könnt ihr gerne mal in die Sneak-Preview in Stuttgart kommen. Da gibt es vielleicht einen schönen Film. Und Zimt-Popcorn gibt es auf jeden Fall. Das ist auch sehr empfehlenswert. Ansonsten hören wir uns dann quasi am, jetzt muss ich kurz rechnen, am 31. oder am 1.? Wann hören wir uns eigentlich wieder? 7 plus 7? Plus 7, 31. wäre der nächste. Ich denke, das knobeln wir noch aus. Ja, am 1.30. Genau. Wären wir wieder aufnehmen, denke ich mal. Jo, bis dann. Euch beiden alles Gute. Tschüss. Schöne Weihnachten. Auf Wiederhören. Schöne Weihnachten. Bis bald im Kinocast. Bis bald im Kinocast.